Hanno, was höre ich denn da? Ja, was macht ihr denn da oben? Hi, was macht ihr denn hier? Ich höre euch die ganze Zeit, ihr scheint ja aber richtig Spaß zu haben. Was macht ihr denn da? Oh Willi, komm mal her, das musst du dir ansehen. Nächstes Jahr ist es auch für dich soweit. Du darfst mit der ganzen Jahrgangstufe 5 auf die Vollsbau fahren. Schau mal, das wird ein Abenteuer. Wow, das muss ich mir mal näher angucken. Ja, das muss ich mir mal näher angucken. Ja, das muss ich mir mal näher angucken. Ja, das muss ich mir mal näher angucken. Boah, das sind ja richtig grandiose Bilder. Ich bin begeistert. Das sieht richtig toll aus. Aber, ey, sag mal, was war denn das Beste auf der Forstburg? Ich fand das Essen total lecker. Die Ritterspiele, wisst ihr noch, wie wir die Eier von der Burgmauer runterkatapultiert haben? Also mir hat das Teil von am besten gefallen. Meine selbstgemachte Vase steht in meinem Zimmer. Der Ausflug ins Beldwerk war anstrengend und eigentlich auch richtig kalt und das war echt mutig. Also ich finde am besten, dass wir als Klassen, die da einfach so doll zusammengewachsen sind. Willi, freust du dich dann schon auf deine Klassenfahrt? Auf die Forstburg? Na klar freue ich mich. Also nächstes Jahr bin ich auch dabei. Uh, Forstburg, ich komme. Ja, Forstburg!